Na, es ist Victor Braun? Was? Nein! Fashion-YouTuber an Outfits erraten. Ohne Spaß wurde mir sicher schon dreimal von meinen Mods vorgeschlagen. Es ging sich aber irgendwie nicht aus. Jetzt habe ich das bei Patrick Spector gesehen, habe mir gedacht, ja, während dem Essen schaue ich mir das an. Und nach einer Minute, wo er so sagt, wie viel schaffe ich wohl? Zehn von zehn. Habe ich so Bock bekommen, mir das selbst anzusehen und das Video direkt abgebrochen. Das heißt, ich habe nichts gesehen. Ich gehe da vollkommen unvoreingenommen in dieses Video rein, Freunde. Und ich bin gespannt, ob wir alles erraten können. Wir schauen rein. Ned Sadiqai, auch ein Profi. Vor allem, wenn es um die Technik geht, was die Herstellung der Kleidung angeht. Also ich bin gespannt, welche Fashion-YouTuber da verwendet werden. Willkommen zu einem neuen Video heute. Ein etwas anderes Video. Auf der anderen Seite seht ihr hier ein iPad und da sagt jetzt jemand kurz Hallo. Servus. Hi. Das ist Janik. Hi. Und ihr kennt, wir machen ja zusammen den Kanal Sneaker im Kopf und Janik ist ja Grafiker. Und ich habe zu Janik... Sneaker im Kopf. Als Anlehnung an Gewitter im Kopf, maybe. Gewitter im Kopf, nicht an Kopf, Bruder. Bin gerade angerufen, morgen gleich aus dem Konzept. Ich habe gesagt, Janik... Kein Konzept. Ich habe immer richtig Bock, so Ratespielchen auf Fashion bezogen natürlich zu spielen. Ja, ich auch. Ich bin getriggert. Ich will das unbedingt erraten. Und habe gesagt, hey komm, wir machen mal so Fashion-YouTuber an Outfits erraten. Das heißt, wir wissen nicht, er zensiert die Personen. Wir wissen nicht, wer sich dahinter verbirgt. Ich muss anhand des Outfits heute erraten, wer sich dahinter verbirgt. Okay, let's go. Sind wir bereit? Wir sind mehr wie bereit. Hast du heute auch ein bisschen getrickst? Freunde, wie viel schaffen wir? Ich sage 8 von 10. Wenn es 10 sind. Patrick hat gemeint, es sind 10. I don't know, wir schauen rein. Die meisten schaffen wir. Ich bin tatsächlich diesmal ein bisschen fair geblieben und habe wirklich... Ah, Grüße gehen natürlich raus an Patrick Spektor. Ich habe nur die Gesichter und die Hände geblurrt, damit du nichts siehst an Schmuck oder an Brillen eventuell. Das war vielleicht schon eine Anlehnung an Justin. Ich starte mal mit dem Ersten und ich glaube, ich würde fast vermuten, der ist sogar relativ einfach. Also ich habe es ja gerade schon grob angeschnitten. Ja, komm, zack her! Und ich glaube, ich weiß auch schon, wer es ist. Also das meinte ich eigentlich mit Rixen, ob du so ganz alte Outfits von den Leuten genommen hast. Oder so aktuelle Sachen genommen hast. Aktuelle Sachen, die meisten werde ich vermutlich erkennen. Oder vielleicht auch nicht. Ich habe sehr, sehr weit nach unten gescrollt. Also da sind ein paar alte dabei, da sind ein paar neuere dabei. Das ist ein wilder Mix. Okay, los geht's. Zeig uns, was hast du für den Ersten. So, wir haben jetzt das erste Outfit. BHP-DAU. Kann ich hier beim iPad ranzoomen? Ist halt schwierig. Ich würde halt eher von der Statur auf die Person schließen. Tatsächlich ranzoomen, sehr nice. Also wir haben einmal eine schwarze Jagd. Ist das schon einfach oder was? Weißt du, nach wen? Das sieht nach Philipp aus. Wer ist Philipp? Woran? Also BHP-DAU. BHP-DAU. Lost! Das wusste ich nicht, dass der Philipp hat. BHP-DAU heißt es ja eigentlich richtig. Weil das ist eigentlich so ein typisches... Ja, safe. So ein Asus-Fit irgendwie. Alles sehr clean. Also ich glaube, BHP-DAU. Outfit von ihnen. Aber weißt du, was ich merke, glaube, ist einfach so diese Location. Das ist eine Art Bilde, die er immer macht. Weil das könnte jetzt zum Beispiel auch ein Kilian Jonas dahinter sein. Wobei, nee, nicht mal. Aber ich glaube trotzdem, dass er das ist. Weil das ist halt so, glaube ich, sein Anfangs-Style, wo er so ein bisschen mit Mode angefangen hat. So von Anfang an, von 1, 2, 3 Jahren oder so. Ah, der grinst schon. Es ist safe BHP-DAU. Liege ich richtig? Also legst du dich fest, dass es Philipp ist, dann... Ja, komm. BHP-DAU. Und du hast recht. Yes! Tatsächlich Philipp. Das war easy. Easy. Super easy. Also schauen wir mal. Jetzt kannst du den nächsten reinhauen, ob wir auch so Glück bei den anderen haben. Boah. Willi. Save Willi. Da verwette ich alles. Da verwette ich mein einziges T, was ich von dem Design habe. Mein einziges verwette ich da drauf. Entweder... Wer ist das? Bro, schau mal. So bei alle Liebe, aber diesen Foot-Move, das macht nur Willi. Ah, naja. I don't know, ob das nur Willi macht. Du kannst ihn zensieren, so viel du willst. Er ist groß. Ja. Und du merkst auch allein, ich glaube, der hat Schuhgröße 45, 46 oder so. Aber die sind zu nice, die Nike React. Der macht immer bei sehr vielen Bildern, das ist eigentlich unfair, ne? Aber, come on, welcher Fashion-YouTuber wird solche Farben anziehen? Real Talk. Allein daran kannst du dich das schon festmachen. An der Art, wie er da steht. Am Outfit, das Coca-Cola-Oberteil von Tommy ist das sogar tatsächlich. Das kann nur Willi sein. 100.000%. Da würde ich, ich bin kein Mensch vom Wetten, aber da würde ich Geld drauf wetten. Ich löse es auf. Es ist definitiv Willi. Yes. Zwei von zehn. Also Willi ist nicht einfach gewesen. Mal schauen, ob ich dich am nächsten rankriege. Boah, das ist echt schwer. Jetzt so per se würde ich sagen, keine Ahnung. Boah, schwierig. Das ist ja jetzt mal schwierig. Ja. Wer würde denn so eine Hose anziehen? Boah, schau mal, jetzt mal Real Talk. Bro, keine Ahnung. Ehrlich. Also Janik könnte das anziehen. JD, ne? Bei JD. Der mit seinen Gramps immer die Insta-Posts macht. Ja, safe. An den habe ich auch zuerst gedacht. Das wäre eigentlich so der Einzige, wo ich so im Gefühl hätte, er kann diese Hose anziehen, kann sie auch so verkörpern und das wird unglaublich gut kommen. Und weißt du, was mich auch ein bisschen daran bestärkt? Ist das Oberteil. Und er ist halt ein Skater, er hat Vans an. Ist das JD? Also komm, ich mache mich fest. Ja, ich würde auch JD sagen. Ohne Spaß, das wäre wirklich mein erster Gedanke. Das muss JD sein. Also Janik. Okay. Aber ich wusste nicht, dass der JD heißt. Ich habe mir nur gedacht, der von Gramps. Ich löse direkt auf. Yes. Okay, das lassen wir gelten, oder? Lassen wir gelten. Oh ja. Am Anfang war ich mir gerade echt nicht sicher, ne? Aber als ich dann die Vans gesehen habe mit der Hose, das war schon ein bisschen eindeutiger. Wen hast du noch in Vermutung gehabt? Gar keinen. Ansonsten hatte ich gar keinen in Vermutung. Boah, ich schwöre es dir. Ich dachte, du hast irgendjemanden mit reingenommen, wo ich niemals damit gerechnet hätte. Dass zum Beispiel, weil es von den Location jetzt auch zu BHP DAO gepasst hätte. Dass er vielleicht mal irgendwie was ausprobiert hat oder so. Weil es vom Look her ähnlich war. Aber dann dachte ich, komm, allein mit den Skateschuhen und der Hose, das kann du JD sein. Also Janik. Er heißt ja Janik. Sehr, sehr gut. Alles klar. Dann hüpfen wir auch direkt zum nächsten. Nächster. Ich bin schon gespannt. Das ist Patrick Spector. Das ist Patrick Spector. Ah, nein. Das Outfit kann ich mir irgendwie... Würde der Fotos machen mit so Dosen? Ist das Bier? Ich finde von der Kopfformen schaut es einfach aus wie Patrick Spector. Ich komm, ich sag Patrick Spector. It's real talk. Aber nein. Ich finde es so vom Vibe her erinnert es extrem an Vincent. Aber ich habe keinen Plan. Patrick Spector oder Vincent? Einer von den zwei. Muss ich mich vor nett festlegen? Nein, ich höre mal an, was der sagt. Das müsste eigentlich Willi sein, ne? Was? Nein. Obwohl, beim ersten Mal habe ich auch gedacht. Aber das ist nicht Willi. Nee, das ist nicht Willi. Es ist für mich vom Vibe her, glaube ich, mehr Vincent. Ist das Pringles? Wer ist das? Der hat ein Getränk, was FFK 18 ist in der Hand. Okay. Aber, boah, ich muss ehrlich sagen, hier hast du mich echt hops genommen. Ich habe gerade keinerlei Vorstellung, wie das sein könnte. Ich versuche gerade anhand... Soll ich ihm Tipps geben oder soll ich es Lila... Komm, komm. Nee, ich habe jetzt... Also, ich muss ja irgendwas sagen. Pass auf. Sagen wir mal... Ich will nicht länger warten. Ich will wissen, wer es ist. Ich habe niemanden genommen, ne? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, sag mal Justin. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, er nicht. Also, sowieso nicht. Würde Justin das anziehen? Guck mal, ich habe den Brand. Nein, nein. Gar keinen Fall. Aber mir fällt keiner ein. Deswegen sage ich einfach Justin. Okay. Das ist Vincent. Ja! Jawohl! Geil! Was? Nice! No way! Wie der da ausschaut! Geil! Ich freue mich gerade. So, als hätte ich irgendeine Prüfung... in der Schule bestanden. Ah, noches. Da muss ich mal direkt ranzoomen. Bro, no joke. Das hätte ich verliebt. Geil! Komm weiter! Das ist so simpel, minimalistisch, vintage. Das ist eigentlich... Krass, wie er da aussieht. Wie so ein Typ, der irgendwo an Plätzen herumlungert und wartet, bis irgendein Opfer vorbeikommt, dass er verprügeln kann. Jetzt. So ein Hooligan einfach. Genau das Gegenteil. Auch mit dem Umbro-Sweater. Sieht eher so wie ein 90s-Boy aus. Wie alt ist das Bild? 2015, 2016? 2016? Das kann ich dir leider gerade nicht sagen. Komm, komm, komm. Nächster. Das ist zu einfach, weil von der Brand her, das sieht... Ja, die Getränke und die Pieces auch einfach. Das sieht schon aus wie so ein Vintage-Second-Hand-Shirt, wenn ich ehrlich bin. Jetzt aber mal real talk. Und von dem ich dachte, ich dachte eigentlich, pass mal auf, ich muss mal kurz aufstehen. Ich will jetzt den nächsten. Weil ich und Vincent haben eine... Hat er die auch, oder was? ...tue, habe ich kurz an ihn gedacht, aber dachte ich, du willst mich da mit Hops nehmen. Und das ist nicht er. Aber krass, ist er wirklich. Let's go. Nächster. Auf jeden Fall nicht mehr nach Hause. Dann gucken wir mal, ob die den nächsten... Ich bin gespannt, ob die Zuschauer, äh, wie die abschneiden. Two. Ich glaube, das ist Two. Von... Wie heißt die YouTube-Kanale schnell? Äh, Kicks. Hype Kicks. Hype Kicks. Boah. Das ist eigentlich easy. Mehr könnte das sein. Oh, 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 oh. Verrenn dich nicht. Ich habe extra Outfits genommen, die ähnlich zu anderen vielleicht sein können. Wollte ich gerade sagen, ne? Also vom Outfit... Tutran, heißt er. Schau mal. Du erkennst ja die Leute nicht nur an den Klamotten, sondern jeder hat so eine gewisse ästhetische Linie, ne? Mhm. Und wenn ich das so... Solche Schuhe in Kombination mit so einer Hose und so einem puffigen Oberteil... Mir fällt eigentlich spontan nur einer ein. Sag. Jetzt bin ich gespannt. Robert. Robert? Wer ist Robert? Soll ich es auflösen? Locken wir Robert ein? Ja. Und Pratertasche. Das kann nicht nur Robert sein. Das ist Robert Friedrich. Den kenne ich nicht. Den kenne ich nicht. Maa! Wie geht's? Fuck! Ja, ich wusste es. Let's go. Na! Oh, hättest du dich jetzt verrannt, das wäre sehr, sehr... Boah, das nervt mich jetzt. Ich war mir am Anfang ein bisschen unsicher, aber wenn du so die Sachen an... Oh, oh, oh! Go, weiter. Das ist jetzt Tu dran. 100 Prozent. Mega easy. Das ist Tu. 100 Prozentig. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Safe. Ja. Okay. Daweil eines falsch, Leute. Ich würde schon gern zumindest die 9 von 10 erreichen. So. Ist easy. Weißt du warum? Er hat eine Unterschrift, die er kennst du, glaube ich, sogar blind. Das ist einfach sein Style. Let's go. Weiter. Okay. Komm. Wer ist das? Das ist Justin. Oder? Nein. Der ist zu groß für Justin. Bruder, ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Die Squared Cap und diese Jacke dazu, das könnte halt ein uralt Pick von Justin sein. Aber er ist zu groß und zu breit für Justin, finde ich. Er ist aber nicht Patrick Spector-Style so. Oh, ist das schwierig. Wer könnte das sein? Boah. Ich muss irgendwas sagen, bevor er nicht was sagt. Ich darf mich da nicht beinflüssen lassen. Komm. Scheiße. Vom Vibe her könnte es auch Justin sein. Vom Bild her, finde ich. Boah, ist das schwierig. Also ich weiß, dass Patrick so eine Jacke hat. Aber die Statur passt nicht zu Patrick. Patrick hat nämlich genau das gleiche Problem wie ich. Ich glaube, der hat auch dicke Oberschenkel und dicken Hintern, weil er auch immer Bodybuilding gemacht hat. Und das wird man einfach nicht los. Und ich glaube, das ist Justin. Ich muss nochmal ran. Ja, mir fällt eh nur Justin an. Wobei. Warte, warte, warte. Fuck, Mann. Ja, mir fällt aber sonst keiner ein außer Justin. Aber der ist einfach viel zu breit für Justin. Viel zu breit. Wen gibt es noch so? Kurze Haare. Das Gesicht. Boah, so schwierig. Ah. Ah. Es ist Dings. Der hat diesen Test gemacht. Mit diesem Peso-Fake-Ding. Wie heißt der schnell? Wie heißt der schnell? Aber ihr wisst safe, wenn ich meine. Der bringt ab und an Content, aber eher selten. Ist auch ein Fashion-YouTuber. Aber mir fällt jetzt nicht ein, wie er heißt. Den meine ich, der dieses Peso-Fake-Video gemacht hat. Wo viele geschrieben haben, ja, das Video ist fake. Doch, es ist Justin. Ich glaube schon. Wenn das jetzt Justin ist, bin ich pisst as fuck. Safe. Ja? Ja, das ist ein altes Bild für mich. Das ist das zweite Mal, dass du auf Justin getippt hast. Und es ist einfach nicht Justin. Nee, nee, beim ersten Mal habe ich einfach nur Justin gesagt. Nein! Nein, es ist Victor Braun. Was? Nein! Das hätte ich ja vom Style her niemals gedacht. Was? Oh mein Gott, ich bin schockt. Das muss aber ein Uralpick sein. Krass. Ich habe extra dieses Bild genommen, wegen dieser Cap. Ja, die Squared Cap, die hast du nämlich auch gehabt. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich habe mich an der Cap und... Scheiße. Hast du nicht auch so eine ähnliche Jacke gehabt oder hatte? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, die hat so ziemlich jeder am Kleiderschrank. Ja, aber du hast getrickst. Na, na, die Squared Cap kam mir nie ins Haus. Du hast ein ziemlich altes Bild von Victor genommen. Das zum Beispiel hat er nichts mehr mit ihm zu tun, was er heute macht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Auf gar keinen Fall. Heftig, ey. Hast du mich hops genommen? Nicht schlecht? Ja, mich aber auch. Also jetzt kannst du nur noch maximal acht Punkte holen. Okay, brauchen wir mal. Damn, wir sind gleich auch nett und ich... Ja, das ist Patrick Spector. Das ist Patrick Spector. Ich kann mich nämlich auch noch an ein Unboxing erinnern, wo er diese Prince Charming Jacke hergezeigt hat. Und das ist Patrick? Ja. Brauchen wir nicht lange schwätzen, gell? Ja, brauchen wir nicht lange reden. Das ist... Er sagt ja, Unterschrift erkennst du. Sehr nice, easy. Sehr fresher Bart auch. Gleich Punkt genommen. Einfach so. Easy. Let's go. Nächster. Direkt zum nächsten. Wer mag das wohl sein? Das bin ich. Bro. Jetzt Real Talk, gerade im Moment, habe ich keine Ahnung. Ist auch schwierig, weil... Das ist ganz schwierig. Wenn man das Bild nicht kennt. Was? Wobei die Hose ist schon verräterisch. Ich weiß warum. Die Hose, die Militärhose. Weißt du, wer als Einziger sowas trägt? Nein, verrat es mir. Max? 100%. Sieht gut aus, gutes Outfit so. Aber diese Militärhosen trägt nur Max. Ich habe mal irgendwo in einem Video von ihm gesehen gehabt, dass er unbedingt mal einen Porsche haben will. Und wenn er in so einem Porsche steht, wird es dazu passen. Ja. Es ist tatsächlich Max. Komm, her damit. Punkt. Easy. Okay. Boah, die letzten drei vorne. Jetzt wird es spannend. Dann haben wir jetzt nur noch ein Bild. Was ist das hier? Also, wenn ich jetzt von... Das ist Justin. 100%. 100%. 100%. Die Brille, dieses Schlangen-Ding, das hat er selber so auch mal gebracht. Die Vans, da würde ich niemals auf Justin schließen. Aber das ist Justin. Wird mal Justin sagt und das ist jetzt super easy. Na, 100%. Der Pullover hat er nämlich nur R. Das ist easy, Justin, Bro. Das ist tatsächlich Justin. Easy. Gratis Punkt, so mitgenommen. Beim dritten Mal musst du auch mal stimmen, oder? War es das schon? Das ist, das ist wie ich damals in der Schule, wenn wir Multiple-Choice-Aufgaben hatten. Immer so schön nach Muster angekreuzt. Da habe ich schon sehr, sehr oft A angekreuzt. Das muss jetzt diesmal definitiv B sein. Ja, also Hauptsache alle C mal durchnehmen. War es das schon? Ja, cool. Sehr, sehr cooles Video. Unbedingt wieder. Netz-ADK-Ernmann. Unbedingt auf seinem Kanal vorbeischauen. Ich hoffe, er macht nochmal eine Ausgabe. Es macht extrem viel Spaß, da mitzuraten. Keine Ahnung, warum ich da nicht schon vorher drauf gekommen bin. I don't know.